Das ist jetzt seine Chance! Phänomenal! Ohne Worte! Das ist das Tor! Mit dem Kopf hat er es gemacht! Ein super Kopfballtor, das kann man nicht anders sagen! Das war ein super Abschluss, da hat er das richtige Timing und die Sprungkraft und nimmt den Ball ganz stark per Kopf. Ein tolles Tor! Gebrauchter Tag, oder Bouchik? Kann man so sagen, Herr Fischlitz? Toller Pass! Und jetzt die Chance! Der Pass! Nix zu halten hier! Jetzt sind sie in der Position, die sie wollten, jetzt sind sie auf Aufstiegskurs! Und wenn sie jetzt noch einen draufpacken, den Vorsprung ausbauen, das wär's! Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen, den Ball drückt der Gap... Bah! Schießt er ihn rein! Der Pass! Stark gemacht! Und jetzt können sie wieder hoffen, oder Bouchik? Ja, denn jetzt ist es nur noch ein Tor bis zum Aufstieg! Und wer gedacht hatte, dass sie sich den Favoriten hier einfach... Bah! Tor! Und da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin! Vom Pfosten ins Tor und damit ist dieser Ball unhaltbar! Ja, da kommt der Keeper natürlich nicht mehr ran, das ist Maßarbeit! Schöne Aktion! Und jetzt die Chance! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse! Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen! Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt, das ist hier schon der zweite... ...verteidigt hier! Er versucht's! Der wär gut gekommen, aber der Schuss wird abgebrochen! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff! Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen! Da kann er das Tor... Die Chance! Sie liegen vorne und schauen sie sich diesen Jubel an! Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen... So hatten sie sich das vorgestellt! Den Ball hat er super mit dem Kopf getroffen! Das kann er! Da springt er auch genau im richtigen Moment hoch und trifft den... Schöne Aktion! Und jetzt die Chance! Bah! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff! Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen! Der Abschluss hier, natürlich kein Problem! Ne, aus der Distanciun wirklich nicht! Jetzt Einsatz, aber kommt er auch an den Ball! Ja, könnte gefährlich werden jetzt! Gute Idee, dieser Ball! Was für ein Tor! Ein überragender Schuss, da hat alles gepasst! Ein Wahnsinnsschuss aus dieser Entfernung! Keine Chance für den Torhüter! Was für ein... Der Angriff könnte was werden! Das Torhüter! War das eng! Schuss! So, da ist die Führung! Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut! Setzen hier Konzept straight um! Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert! Den nimmt er direkt und mit Wuch rein damit! Ein super! So, Ecke kommt! Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen! Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen! Gute Ecke, sehr guter Kopfball und der Ball ist drin! Tolles Zuspiel! Klasse Pass! Zifft er, ja! Drin! Tor! Aus der kurzen Distanz hat der Torhüter keine Chance! Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern! Da ist jetzt Platz! Da kommt die Flanke! Das Tor solltet ihr erstmal für klare Verhältnisse! Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen! Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung! Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen!